Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Reinhard Grindel droht offenbar Ärger von der DFB-Ethik-Kommission Urheberrecht. Der ehemalige DFB-Präsident Reinhard Grindel muss trotz Räumung aller seiner Ämter weitere Untersuchungen befürchten. Der DFB ermittelt. Der ehemalige DFB-Präsident Reinhard Grindel ist auch nach seinem Rückzug aus den internationalen Verbänden noch nicht aus dem Schneider. Die Ethikkommission des Deutschen Fußballbundes teilte nach ihrer Sitzung am Mittwochabend mit, die einzelnen Sachverhalte, mit der erforderlichen Sorgfalt ermitteln und rechtlich prüfen zu wollen. Die Kommission wird die Ergebnisse dieser Prüfung bewerten und gegebenenfalls Entscheidungen treffen, schrieb das Gremium. Grindel tritt von allen Ämtern zurück. Grindel hatte am Mittwochnachmittag seinen Rücktritt von seinen Posten beim Weltverband FIFA und der Europäischen Fußball-Union UEFA erklärt. Im Fußball bekleidet der frühere CDU-Bundestagsabgeordnete deshalb kein Amt mehr. Als DFB-Präsident war der 57-Jährige bereits in der vergangenen Woche zurückgetreten. Als Grund hatte Grindel die blauäugige Annahme einer Luxusuhr von einem ukrainischen Funktionär angegeben. Die Gründe für den Rücktritt sind der Kommission bisher nur aus den zahlreichen Presseberichten bekannt, teilte die Ethikkommission mit, die bei der entsprechenden Kammer des DFB-Sportgerichts Anträge für Sanktionen stellen kann. Ob sich auch die entsprechenden Gremien bei der UEFA und FIFA trotz Grindels Rücktritt weiterhin mit der Ohren-Affäre befassen, ist offen. Bis zum nächsten Mal.